Dann wollen wir einen kleinen Mennig Suppe zubereiten. Also, etwas aus der Erde. Etwas aus der Erde. Ja. Aus der Luft. Etwas aus der Luft. Aus dem Wasser. Etwas aus dem Wasser. Der arme Frosch. Und jetzt noch etwas von mir selbst. Das sollte es gewesen sein. Irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ach, ich trottel. Es kocht da gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Ahoy. Dazu bräuchte ich das Heu. Das Feuer ist sehr schwach. Ich lege mal lieber ein wenig Zündstoff nach. So. Das sollte als Zunder ausreichen. Wahnsinn. Es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass sie die Opa nie über die Schulter gesehen hat. Oh ja. Wahnsinn. Es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich. Hey, ihr Bengels. Die Suppe ist fertig. Ja, jetzt bekommt Luko endlich seine Suppe. Warum auch immer man das essen sollte. Ah, endlich der Essenskopf. Arnie hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier sein soll. Ja, ja. In Dialog kennen wir ja schon. Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Ja, du solltest mich ans Koch einstellen. Tschüss. So, während du deinem Essen nachgehst, retten wir Spots. Du hast nicht zufällig Schlüssel bei dir. Naja, vielleicht nach dem Essen liegen die irgendwie auf dem Tisch oder so. Jetzt müssen wir Spots eigentlich nur noch irgendwie befreien. Und wieder stehe ich vor... Nein. Fest verschlossen. Ich sollte mich lieber nicht in die Askel nicht her... Es ist doch niemand da! Halt's auf, Spot! Wir retten dich! Irgendwie! Hauptsache, Spot kann sich wieder verwandeln. Warte, der Käfig ist eigentlich aus Holz, oder? Spott hat sich selbst gerettet! Yeah, Spot ist wieder frei! Und du hast dich von alleine verwandelt! Ein freudiges Wiedersehen! Das wird wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Um, Spot, ich will hier weg! Oh ja. So, wie sieht es mittlerweile mit Loco aus? Ah, er ist eingeschlafen! Danke für die Schlüssel, du Trottel! Und hier an der Seite war auch ein Ventil, ne? Und hier an der Seite war auch ein Ventil. Ob da der Schlüssel passt, wo da ist das nur für den Raum, in dem Loco immer rumgammelt. Das kann doch einfach für alles sein! Das kann doch einfach für alles sein! So ein Generalschlüssel! So ein Generalschlüssel! Der Skelettschlüssel! So ein Generalschlüssel! 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 Nur von der Anzeige unten würde ich ja sagen, ich brauche noch ein drittes Ventil, oder? Äh, das wird überhaupt nicht lustig. Anscheinend brauche ich noch zwei weitere. Äh. Das ist wie so eine Nadel im Heuhaufen. Äh. Nadel im Heuhaufen. Yay. So, wie komme ich jetzt in den Eimer? Kann ich das Pelz hier einfach dagegen werfen? Nein, ich komme nicht ran. Kann ich immer noch Spot da hochwerfen? Nicht erst jetzt. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft der Spot erst recht nicht. Vielleicht muss ich auch vom Fenster aus ihn da reinwerfen. Fenster, Fenster, Fenster. Ich sehe aber Spot nicht. Ich kann mit Spot nicht interagieren. Jetzt habe ich den hier so reingeworfen. Spott möchte das nicht tun. Na ja, schlagen wir mal den ersten Gong. Jetzt sind wir hier oben rausgekommen. Ja. Ihr seht schon das Prinzip dieses Rätsels. Wir werden jetzt immer woanders rauskommen. Hui, was ist mir denn hier gelandet? Erstmal Tür zu. Immer Türen zu machen. Aber da scheint nichts hinter zu sein. Doch, doch. Gabelding. Damit komme ich doch bestimmt an den Eimer. Soweit ich das beurteilen kann, ist es keine Stimmgabel. Was ist das? Eine Art Gabel? Die Askel haben erstaunlich viel Bestecke rumliegen. Geh mal wieder in deine Feuerform-Spot. Vielleicht kannst du ja nachher den Kamin anzünden. Warum auch immer. Ja, aber auch Vergiftung. Los, Spott, dein großer Auftritt. Es ist warm genug. Aber wenn du schon gepustet hast... Soll ich dich hier drin verstecken, bis der Weltuntergang vorbei ist? Nein, Pach-Spot. Du bist wirklich eine tapfere Raupe. Soll ich dich hier drin verstecken? Nein, Pach- Soll ich dich hier drin ver- Nein, Pach-Spot. Und anscheinend nicht. Trophäe. Jetzt hast du ihre Gefühle verletzt. Ich komme nicht ran. Was genau genommen aber auch nicht weiter schade ist. Mein Ventil. Sehr schön. Da hätten wir schon mal Nummer 3. Äh, den Gong schlagen wir später. Hütte am Hang. Und wenn er überhaupt hinkann? Das ist eine andere Frage. Hier bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt. Sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ah. Habe ich jetzt eine Abkürzung geschaffen. Dadurch. Sehr schön. Auch mal bis hier ganz an den Rand, Sedgwick. Damit ich... Ja, ich will damit interagieren. Lass mich damit interagieren! BILD! Scroll weiter nach rechts! Gebt doch. Einfach nur rausgehen und wieder rein. Ich sollte mich lieber nicht in die Asken... Das sieht alles ganz schön wackelig aus. Da käme ich höchstens mit dem Kanonenrohr-Trick hin. Wir können ihn ja wiederholen, ne? Warum hast du plötzlich so lange Ladezeiten? Jetzt müssen wir eigentlich wieder in der Ausgangsposition sein, ne? Vor allem wir eins noch da gedreht und jetzt haben wir eigentlich wieder zurück gedreht. Richtig? Ja. Schlagen wir den Gong einfach nochmal. Ach, jetzt geht's gar nicht auf, oder wie? Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gong-Mechanismus öffnen. Warte, Kabel-Ding. Nein, ich komme nicht ran. Noch einmal? Immer noch nicht. Wo sind wir jetzt gelandet? Wieder hier oben. Okay, man hat einmal die Möglichkeit hier oben entweder oder da unten. Und dann gibt's noch zwei Leerläufe. Überhaupt nicht kompliziert aufgebaut, diese Askel-Festung, nenn ich das mal. Och... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020